Moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um Sension Mod 12.1 auf dem Nexus 5. Und zwar fangen wir mal an, um vorweg zu sagen, wir haben hier ein Android M Future. Das zeige ich jetzt auch mal. Das stelle ich mal den ganzen Mist hier mal runter. So und zwar, wenn wir jetzt einmal öffnen, haben wir hier die normale Oberfläche von 5.1. So, das können wir jetzt hier verändern. So, gehen wir mal hoch. Und zwar haben wir einmal hier App-Übersicht-Layout. Und zwar Layout haben wir dann hier auf Seiten. Das klicken wir einmal auf Vertikal. Klicken wir mal drauf. Haben wir das Android M Future, sage ich jetzt mal. Wir können ja auch durchscrollen, was wir haben wollen. Ist ganz cool gemacht. Wer es mag, kann sich aktiviert lassen. Ich bin da jetzt nicht so ein Fan von. Also wieder weg damit. Ja, das ist die Version von gestern. Und sie läuft auch sehr gut. Also für Nightly's, wie man es eigentlich kennt, da muss man eigentlich nicht so viel sagen, ist das sehr gut. Ich habe jetzt hier momentan Themenpack installiert. Deswegen ist das Ganze auch ein bisschen dunkler. Aber es funktioniert sehr, sehr gut. Also WLAN auch weiter weg ist kein Problem für das Nexus, wo ja eigentlich immer die WLAN-Empfangsrate jetzt nicht sehr hoch ist bei dem Nexus. Aber wirklich hier ist das echt sehr gut. Ja, haben wir hier auch die Sension-Mod-Einstellung. Also Gerät haben jetzt hier mit Design, Bildschirmsperre und weiter runter haben wir hier die Nutzer-Einstellung. Ja, es ist immer noch zu hell für die Kamera. So, und zwar haben wir hier Benutzer-Systemprofile, was wir eigentlich kennen. Statusleiste, Benachrichtigungsleiste. Hier kann man zum Beispiel die Uhr auch oben ran machen. Die Prozente habe ich hier auch einmal. Und ja, Ausschalt-Button haben wir hier neu starten. Machen wir einfach mal. Das geht auch sehr, sehr flott. Ist auch sehr stabil. Das Einzige, was man an Bugs hat, was ich bisher herausgefunden habe, war, dass der Lautsprecher hier unten ab und an spinnt. Und ja, da ziehe ich gleich mehr von. Hier sehen wir einmal die Boot-Animation von Sension-Mod 12.1 oder 12. Also die neue. Und ja, kommen wir nochmal zu dem Lautsprecher zurück. Und zwar, wenn man Musik hört und mit dem originalen Musik-Player zurückspult, so zwei-, dreimal hatte ich gehabt, dann fällt der Lautsprecher hier aus. Das kann man nur beheben nach dem Neustart. Ist schade. Aber, naja, mit Google Music oder wie das da heißt, geht das sehr gut. So, und zwar können wir dann auch aus dem Lockscreen, wie wir es auch vom Original gehen, können wir jetzt hier in die Kamera. Das ist kein Problem. Die läuft auch sehr, sehr gut. Und der Video-Modus natürlich auch läuft hier auch sehr gut. Ja, gehen wir nochmal in die Einstellungen. Wir haben jetzt nochmal eine Schnelleinstellung. Und zwar, wenn wir hier gehen, haben wir einmal nur die Status-Leiste. Wir können hier einmal nur runterziehen. Das heißt, die Schnelle öffnen. Habe ich eingestellt auf rechts. Können wir runterziehen. Und jetzt öffnet sich hier eine Leiste. Kennen wir eigentlich auch schon alles von SensenMod. 10, 11 und so ein Krams. Ja, und dann über Gerät haben wir hier Android 5.1.1. Die Lollipop-Variante. Viva ist ja klar. Und ja, ich würde sagen, SensenMod, da kann man eigentlich nicht so viel sagen. Ja, dann würde ich mal sagen, like und abonniert mein Video. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben. Über Kommentare würde ich mich freuen, wenn ihr mal was hinschreibt. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.